Rieberi wird wieder Papa. Diese Bayern-Spieler haben Kinder-Frohe-Kunde vom FC Bayern. Sven Ulreich und seine Frau Lisa erwarten im November ihr zweites Kind. Wir freuen uns riesig darüber. Die Familie des deutschen Rekordmeisters wird damit um ein Mitglied reicher. Die Bilder.München, herzlichen Glückwunsch, Frank Rieberi. Der Bayern-Routinier, der in den letzten Wochen nochmal ordentlich auf die Leistungsstube drückt, kann sich auch privat freuen. Seine Frau Wahiba ist mit dem fünften gemeinsamen Kind schwanger. In einem Vierteljahr soll der die Kleine auf die Welt kommen. Ob Junge oder Mädchen, da wollen sich die Rieberis überraschen lassen. Welche anderen aktuellen und ehemaligen Spieler des FC Bayern bereits im Baby-Glück schwebt, sehen Sie in der Bilderstrecke. Welche anderen aktuellen und die Rieberis überraschen lassen, sehen Sie im Baby-Glück schwebt, sehen Sie im Baby-Glück schwebt.